Was geht? Ich bin C3 Pro Gamer. Ja, gib ein Like und ein Abo da und aktivier die Glocke, um mir keine Videos mehr verpassen wollen. Ja, ich bin hier auf meiner Terrasse. Ja, da oben ist David. Ja, da oben zeige ich euch noch gleich. Hier ist unsere Terrasse, da sind meine Fußballhandschuhe. Ja, hier haben wir zwei Kalan, einen da drin und einen hier. Da traurig ich nicht, da spielt er mit meinem Fußball. Hier sind ein paar Blumen, ein Tisch, noch mehr Blumen. Zu unserem Garten ist eigentlich voll mit Blumen. Ja, hier so mit dem Fußball zu spielen. Danke. Ja, und auch nicht mit meinem Go-Kart. Ja, hier ist mein Go-Kart. Ja, ich weiß. Und hier ist... Ja, ich weiß. Das ist, wie Benjamin mir gegeben hat. Ja, hier. Da oben läuft ja noch der Nisch. Hier ist der Garten. Ja, hier zwei kleine. Und hier ist der große Garten. Ja, da hinten ist ein Schaukel, unser Nachbar. Ja. Sonst... nix. Ja. Sonst ist nix bei unserem Garten. Ja, wenn ich hier ein paar kaputte Bälle von unserem Hund siehst. Ja. Ja. Ne, habt ihr bestimmt schon gesehen. 100%. Weil ich hab ein Video schon gemacht. Schon zwei Videos. Einen von meinen Tricks und einen von meinem Hund. Ja. Und... Und ja. Sonst ist nix. Ja. Ja. Okay. Ich hoffe, ihr habt dieses Video gefallen. Wenn ja, dann gib ein Like und ein Abo da. Und aktiviert die Glocke, um mir keine Videos mehr verpassen wollt. Ja. Und Dennis, wir dürfen das nicht. Okay. Und... ja. Dann sag ich mal... Ciao.